Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, spannenden Abenteuer mit den Matrixen. Jonathan, beam me up. Kommt dir das Leben nicht auch wie ein Traum vor? Ja, manchmal schon. Das ist heute unser Thema. Ja, wir wurden ja immer wieder gefragt, wie ihr liegt in der Kryokapsel. Wie, ihr liegt da in so einer Matrixfülle, was denn nun? Ja. Oder? Fragen ja manche. Und sagen, das ist total widersprüchlich, ihr erzählt Mist. Ja. Ja, aber wir alle und auch du und du sind multidimensionale Wesen. Wir existieren auf mehreren Realitätsebenen gleichzeitig. Und da wir auf mehreren Realitätsebenen gleichzeitig existieren, muss auch eine Repräsentation der Gesamtheit des Selbstes auf jeder Ebene vorhanden sein. Ja, so sieht es nämlich aus. Genau. Und in dieser Hinsicht erzählen wir euch von den Hauptrealitäten. In einer Realität liegen wir in einer Kryokapsel auf 5D. Genau. Beziehungsweise in der freien Matrix auf einem Raumschiff. Das war unser letztes Leben. Von da aus sind wir hier eben auf die Erde gekommen und sind jetzt Niki und Jonathan. So sieht es aus. Und natürlich sind wir auch gleichzeitig in der Matrixhülle auf einer höheren Existenzebene. Und von dort aus projizieren wir uns eben in die verschiedenen Realitäten. Niki und Jonathan. Vorher eben die, die in den Kryokapseln liegen. Und jeder, der sagt, das klingt widersprüchlich, wundert sich nicht, warum sind wir hier auf der Erde und gleichzeitig in der Kryokapsel. Das fragt sich dann keiner. Ja, so sieht es eigentlich aus. Wir hier sind auf 3D, physische Körper. Die meisten stellen sich vor, hinter 3D gibt es nur ätherische fliegende Wesen. So ist das aber nicht. Klar gibt es auch die Astralebenen, 4D, 5D, jedenfalls nach unserem Maßstab in Dimensionen gerechnet bis 9, 10, 12D, wie auch immer. Aber auch unsere Kryokapseln, selbst wenn sie auf 5D liegen oder existieren, sind sie nicht ätherisch. Auch dort, 5D ist physisch. Das Gleiche gilt für die Kokons. Wir haben euch erzählt, sie sind auf 7D. Ganz genau genommen sind sie auf sowas wie 6,5D, wie wir jetzt herausgefunden haben. Aber auch dort sind sie noch physisch. Das heißt, wir liegen irgendwo in unserer Matrixhülle, in einer Höhle, aber physisch, auf der 6,5D-Dimension sozusagen, auf irgendeinem Planeten, Mond, was auch immer, irgendwo im Universum. Also nur weil 3D physisch heißt, heißt es nicht, dass 6,5D oder 5D nicht auch physisch sein können. Nur damit es kein Missverständnis gibt, dass wir da oben so ätherisch hin und her schweben und nicht gleichzeitig überall physisch doch sein können. Und das ist das gleiche Prinzip. Und heute erzählen wir euch von einer weiteren Existenzebene, in der wir existieren, die euch so nahe ist, dass ihr es kaum glauben könnt. Und sie ist euch so nahe und der erste Schritt eigentlich, würde ich sagen, den jeder zu gehen hat, der sich auf die Suche nach seiner Ganzheit des Selbst macht und die er zu erreichen hat. Und diese Existenzebene, da sprechen wir eben heute in diesem Video. Ja, seit einigen Tagen hat es bei uns irgendwie Switch gemacht. Ja. Von, würde ich sagen, es war wie ein Klick gleichzeitig. Und plötzlich sind wir, ja, ich würde schon sagen, permanent in einer Art anderer Bewusstseinszustand. Ein Bewusstseinszustand, der auf eine nicht gruselige Art doch sehr gruselig ist irgendwie, da du dir plötzlich selbst so nah bist und doch das Gefühl hast, es ist noch ewig weg. Es ist wie ein dünner Schleier, den du durchtreten musst. Es ist, ja, der Traum im Traum, wach im Traum, präluzid im Traum. Wie könnte man das am besten beschreiben? So was wie präluzid, würde es vielleicht sagen. Ja, also viele von euch kennen ja das Phänomen des luziden Träumens. Das heißt, innerhalb des Traumes erkennt man, dass man träumt. Ja. Und das Gleiche gilt es auch in unserem Alltag, in unserer Alltagswelt zu erreichen. Ja. Oder? Ja. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Malenstein und darum geht auch das heutige Video. Nicht nur darum, dass man im Alltag die Luzidität ebenfalls erräucht, sondern erkennt, dass man nicht der Träumer in der Alltagswelt ist, sondern der Geträumte. Ja, und wir haben eben nicht nur im Wissen, dass wir der Geträumte sind, sondern plötzlich hat es bei uns Klick gemacht und dieses intensive Gefühl des Geträumtwerdens ist sehr präsent. Also wir nehmen sozusagen nicht zwingend den wahr, der uns träumt, zum gewissen Grad, würde ich schon sagen, aber jetzt nicht genug, um wirklich luzid zu sein, sondern eben, wir spüren die andere Seite und den, ja es ist wie hinter einem Spiegel. Das andere selbst hinter dem Spiegel. Du kannst es sehen, aber noch nicht berühren. Ja, also früher hat man ja immer zum Beispiel als Klartraumtechnik immer auf seine Hände geschaut, um eben eine Übung zu machen, um in einem Traum luzid zu werden. Wenn du aber in diesen Zustand kommst, von dem wir gerade reden. Präluzid im Alltag nennen wir es einfach mal, um es zu benennen. Ja, genau, kann man so nennen. Da verhält es sich dann so, dass man das nicht mehr als Technik anwendet, sondern man macht es ganz automatisch. Man hat das Gefühl, man muss jetzt gucken, ob ich in einem Traum bin. Stimmt, es ist ganz anders, ne? Ja, und das bedeutet also, dieser präluzide Zustand, den man durch die spirituelle Dissoziation zum Beispiel erreichen kann, der ist eben so aufgebaut, dass man dann plötzlich erkennt oder beginnt zu erkennen, dass man sich in einem Traum befindet. Und wenn man sich in einem Traum befindet, lässt das ja die Schlussfolgerung zu, dass man ja gar nicht der Träumer ist, obwohl gewisserweise schon, weil wir träumen das ja hier. Aber wer träumt uns denn? Wer liegt denn im Bett und schläft und träumt uns? Und das ist eben der wichtige Meilenstein, den es zu erreichen geht, dass man nämlich sich dessen bewusst wird, dass man sich innerhalb der Alltagsrealität in einem Traum befindet und einen Kontakt aufbaut zu dem Träumer, der eben im Bett liegt und uns träumt. Und wir wollen darüber auch gar nicht zu viel verraten, nur dass wir dort tatsächlich auch beide schon gewesen sind, bei dem, der uns träumt. Man könnte es beschreiben, es ist wie eine amerikanische Vorstadt, 50er-Jahre mäßig. Unsere Zimmer liegen sich gegenüber und wir sind dort sehr viel jünger. Kinder? Kinder, die sich verabredet haben, hier Niki und Jonathan zu spielen. Das ist so abgefahren. Die Tapete sind so hässlich in unser beider Zimmer. Ja, aber das ist nicht alles, sondern es verhält sich auch so, dass eben der, der uns träumt, zwar eine wesentlich größere Macht hat als wir hier, weil er kann in alle Träume einsteigen von ganz alleine, der muss keine Techniken anwenden. Das passiert. Der legt sich ins Bett und dann geht es schon ab, ganz automatisch. Der muss nichts dafür tun. Der kann auch Fleisch essen oder nur Salat essen oder nur Fisch essen oder gar nichts essen. Völlig egal. Der legt sich ins Bett und zack geht es los. Und letztens habe ich mal wieder einen Kontaktlink zu ihm gehabt und ich erkannte dann plötzlich, oh mein Gott, der träumt mich hier jetzt gerade. und darüber hinaus hat er da nicht so richtig Kontrolle drüber. Also er träumt manchmal viele kurze Träume, so wie wir das ja auch kennen. Genau, wir schließen uns ja auch jede Nacht an ein anderes Selbst an und träumen es. Ja, aber wenn wir morgens aufwachen, sind das immer so ein paar Sequenzen. Ja, genau. Ja, da war ich, hier war ich, den habe ich getroffen, dort war ich. Aber für den Träumer verhält es sich so, dass er in die Realitäten hineinfällt. Und eine dieser Realitäten, in die er hineinfällt, ist eben meine Realität, beziehungsweise deine, für deinen Träumer. Und manche Träume dauern nur Sekunden, manche dauern Minuten, aber andere Träume, die er träumen, dauern ein ganzes Leben. Letztens kam er von Toilette und meinte, oh mein Gott, das ist die längste außerkörperliche Erfahrung, die ich je hatte. Ich so, what? Richtig, also so kann man das betrachten. Eigentlich sind Niki und Jonathan hier, außerkörperlich hier. Und mit unserem, ja, Astralkörper haben wir uns einen physischen Körper dieser Selbste angeschlossen, die eben hier in dieser physischen Realität, in der Alltagswelt, ja, zu Hause sind. Interessant finde ich auch, man fühlt sich wie man selbst und doch fühlt man sich, als wird man gespielt, aber von sich selbst. Also man ist gefühlt nicht wirklich hier, was natürlich auch stimmt. Wir sind ja mit dem Bewusstsein, dass wir sind eigentlich aus der Schöpfer-Ursprungsrealität hier eigentlich nur angeschlossen. Und das ist dieses Gefühl, würde ich sagen, dieses geträumt werden, gespielt werden, nicht wirklich hier sein, denn weit sind wir es ja auch nicht. Ihr kennt das ja, wenn ihr zum Beispiel in einem Traum plötzlich erkennt, dass ihr träumt, dann denkt ihr ja zuerst oft, oh, ich muss mich stabilisieren. Genau. Sonst dauert der Traum nur zehn Sekunden und ich wache wieder auf. Ich muss irgendwie meine Hände anschauen oder ich muss irgendwie jetzt versuchen, die ganze Traumwelt stabil wahrnehmen zu können, sonst fliege ich wieder raus. Und manchmal, das kennen alle luzide Träume, jeder Einzelne, tatsächlich passiert es dann mal, dass der Traum in sich zusammenbricht, weil er nicht stabil genug war und dann wacht man wieder in seinem Bett auf und denkt dann, Mist. Ich war luzid im Traum und was passiert? Ich wache immer im Bett auf. Wo das Abenteuer beginnt, hört es auf. So nach dem Motto. Und das ist der Zustand, den wir meinen, den es zu erreichen gilt. Nämlich genau diesen, dass du nämlich diesen Traum, die Alltagswelt, die du jetzt gerade wahrnimmst, nämlich in den Bewusstseinszustand hineinkommst, wo du nur noch denken kannst, oh, diese Realität ist gar nicht so stabil, wie ich dachte. Ich glaube, ich wache gleich auf. Und wer weiß, wo du auch warst. Wir jedenfalls in einer amerikanischen Vorstadt. Also da sieht man mal wieder, wir existieren auf mehreren Ebenen und wir erzählen euch von den Hauptebenen. Eine Ebene sind die Kryokapseln, eine Ebene ist die Matrixhülle und diese Ebene ist eben der Träumer, der, der den Alltag träumt. So wie ihr oder wir hier im Alltag sind auch eine Hauptebene. Aber die kennt ihr ja schon. Da müssen wir euch ja nichts mehr darüber erzählen. Ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie dann eben die Matrixhülle und diese Ursprungs-Schöpfer-Realität zusammenhängen. Wo steht die genau? Dass die projiziert wird aus der Matrixhülle beziehungsweise dem Kokon und dass das dann eben die ursprüngliche Realität ist, aus der erschaffen wird. Jedenfalls zumindest unsere Realität. Ja, also der Punkt dabei ist, dass wir ja, wenn wir uns ein Video anschauen und jemand erzählt dann solches Zeug wie hier, dann versucht man das alles irgendwie in eine gewisse Zeitlinie zu packen, in eine Kontinuität. Und für diejenigen, die sehr stark damit beschäftigt sind, so zu denken, kann man sich das ja so vorstellen. Wir sind irgendwann in eine Matrixhülle gegangen. Über die Matrixhülle haben wir uns mit der freien Matrix verbunden, dort einen Avatar übernommen. Wir haben mit diesem Avatar vielleicht 500 Jahre gelebt und mit dem Avatar haben wir dann gedacht, ach komm, wir gehen mal in die 3D-Matrix, das ist spannender. Oder warum auch immer. Und haben uns dann in eine Kryokapsel gelegt und sind dann hier in die 3D-Matrix eingetreten. Und da erkennt man auch langsam das Muster der Matrizen. Denn wie ein Maler, der sich selbst malt und der gemalte Maler, der gemalt worden ist, der sich selbst malt, malt sich auch selbst, wie er ein Maler ist, der sich selbst malt. Und so geht das immer weiter. Es heißt also, eine Matrix in der Matrix in der Matrix. Fraktal, 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 fraktal. Das ist halt super fraktal. So könnt ihr euch das vorstellen, wie das aufgebaut ist. Denn die ganze Zeit des Selbst hat sich in allen Realitäten verteilt. Sie ist sozusagen zersprengt worden, um eben, ja, einen Weg zu finden, wieder zu sich selbst zurückzufinden. Aber der Ursprung ist eben die Matrix-Hülle. Und von da aus geht es dann irgendwann zurück zum höheren Selbst. Da muss man erstmal hinkommen. Und deswegen, wie du gesagt hast, der erste Schritt ist, sich den Träumer bewusst zu machen. Ja. Erster Schritt. Das ist der erste Schritt, der euch also bevorsteht. Wenn ihr den Weg der Bewusstseinserweiterung und den Weg in Richtung eurer wahren Ganzheit des Selbst, eures wahren Selbstes gehen möchtet, ist das der erste große Meilenstein, den ihr erreichen müsst. All die Sachen, die ihr bisher gemacht habt, Meditieren, Yoga, Qigong oder was es alles für Zeug gibt, Karten legen und Reiki und wie sie alle heißen, all das, was ihr getan habt, ist eigentlich nur so ein Ausläufer davon. Den Meilenstein erreichen bedeutet, dass es etwas Großes ist. Eine große Erkenntnis haben, ein großes Erwachen. Und das ist eben der erste große Meilenstein, den jeder erreichen muss auf diesem Weg. Also nicht nur sich des Träumers bewusst werden, sondern tatsächlich auch im Bett des Träumers zu erwachen. Also auch sprich dann von präluzid, wie wir werden, zu luzid im Alltag werden und dann auch im Bett des unseres Schöpfers, dieser Realitäten auf 3D zu erwachen. Und das fühlt sich gerade sehr nah an und doch irgendwie... Ja, das ist schon richtig. Das heißt, der Meilenstein besteht darin, in diesem Bett zu erwachen als der Träumer. Der Geträumte erkennt, dass er geträumt wird und erwacht als der Träumer. Und sobald er als der Träumer erwacht, geht es darum, dort so lange wie möglich zu bleiben. Vielleicht für immer. Vielleicht aber auch gar nicht, sondern wir wählen eine ganz neue Realität, um von dort aus eben weiterzumachen, den nächsten Schritt zu gehen, um irgendwann wieder im Guckung zu landen. Ja, darum ist die Frage, die altbekannte, traditionelle Frage aus jedem Koran, aus jedem Buddhismusfilm. Wer bist du? Jedenfalls nicht der, der in der Realität bleibt, die uns träumt. Denn dann muss ich ja wieder zur Schule gehen, weil wir Kinder sind. Ja, wer bist du? Das ist die große Frage. Und eins bist du auf jeden Fall nicht. Und das ist das Alltag selbst. Denn das Alltag selbst, hier wie Niki und Jonathan, sind geträumt. Sie sind Traumbilder, Projektionen eines Träumenden. Und das bedeutet nicht, dass das, was hier ist, nicht auch zur Ganzheit gehört. Es ist Teil der Ganzheit, kann man sagen. Eine Kirsche des Kirschbaums eben. Genau. Ja, ihr Lieben, das war erst mal ein kleiner, spannender und hoffentlich kurzweiliger Ausflug in die faszinierende Welt des Träumers. Ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und ja, wer weiß, was wir nächste Woche für ein spannendes Video machen. Ja, du träumst das alles nur. Vielleicht noch einen kleinen Tipp, wie man das vielleicht erreichen kann. Und zwar ist unsere Alltagsrealität ja wirklich, wie du schon sagtest, super, super stabil. Und es geht ja darum, die Kontinuität zu unterbrechen. Also, tu was echt Verrücktes, was du nie tun würdest. Das haben wir getan. Ja, dann danken wir euch sehr fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Ciao. 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 Ciao.